Hey meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer freshen neuen Folge Minecraft Lucky Blocks Tower. Heute zusammen mit, natürlich Leute, wo ist die denn? Hallo? Wo ist die mir, Elina? Hallo? Hi! In einem 2 gegen 2 Battle gegen Dönerröschen und gegen Lord Barsi. Ich bin wirklich gespannt, ob wir das heute gewinnen können. Wir haben einen besonders nicen Tower heute mit Phantasia, Shade, Pixel, Spiral, Rainbow, Cookie, Plural und noch jede Menge anderen Stuff. Da unten noch eine kleine Belohnung, die Regeln kennt ihr ja. Wenn ihr mehr Lucky Blocks sehen möchtet, Leute, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mal ganz kräftig den Like Button flankt. Und auch natürlich den Abo Button flankt, wenn ihr immer up to date sein wollt und bei Team Benson mit am Start sein wollt. Ja, und da würde ich sagen, wir legen los. Let's go, Elina! Wir müssen uns beeilen. Oh, ich habe Diamanten schon mal. Ist ja OP. Oh nee, ich habe voll viel Müll bekommen. Okay, wir machen weiter. Was ist... Oh, Doktor! Nein, ich habe einen Tod. Phantasia. Oh, was sind denn das für die nice Teile? Ich habe einen Painful Destroyer. Und ich habe 32 Plural Balls. Ich weiß gar nicht, was die... Ich habe Shakefoods. Da müsste was Geiles jetzt rauskommen, Leute. Ich hoffe, dass das auch hier rauskommt, wo ich stehe. Komm, Cookie, Gott, Venom, irgendwas... Elina, was machst du bei mir? Cookie, Jump Chess. Oh, kriege ich da Sprungkraft? Nö, ist ja broke. Egal, aber auf jeden Fall eine nice Rüstung. Bisschen Phantasia bauen wir ab. Da kriegen wir Kürbisse raus. Zack. Oh, das ist eine. Roulette Potion. Ich habe die noch nie probiert, Leute. Ich probiere die jetzt einfach mal. Und ich habe Vergiftung bekommen. Nice. Cookie weg. Spiral. Spiral Potion. Pixel. Spiral. Nochmal Spiral. Cookie. Wow. Was ist das? Oh, das ist ein Diamant. Alter. Das hat mega geleckt bei mir. Was war denn das, ey? Als ob ich aus den ganzen Blöcken nichts rausbekommen habe. Das ist ja ärgerlich. Okay, aber wir haben ein bisschen Diamanten bekommen. Oh, das ist eine... Oh, ich habe schon mal eine 50er Waffe. Oh, das war gar nicht mit Absicht, dass ich das abgebaut habe. Egal, wir machen weiter. Emerald. Oh, die Plural Boots, Elina. Kann ich damit fliegen? Oh mein Gott. Nein, ich kann da... Oh nein, es ist dieses Spawn Teleport. Oh nee, das ist ja nervig. Mann. Aber auf jeden Fall habe ich schon mal die Plural Boots. Ich glaube, aus diesen Gems kann man sich hier... Wartet mal. Emerald Cookie Block. Ich habe einen Emerald Cookie Block und irgendwelche komischen Bug Items. Und hier diese Erze. Oh mein Gott, was... Pixel... Ähm... Pixel Lucky Schwert. Äh, Pferderüstung. Wow. Gott, ich bin in Candy Land, ey. Das passt hier. Ich glaube, das löst sich auf. Oder wir müssen uns hier hinstellen? Jawohl. Kriegen wir... XP Pixies. Und ganz viel XP. Ja, brauchen wir aber eigentlich nicht. Egal. Oh, nein. Ich überlebe, ich überlebe, ich überlebe, ich überlebe. Uuuuh. Nein, Mann, fast überlebt. Weg mit dir, Zombie, du Sau. Hä? Achso, das sind diese... Was ist das hier? Warpearls. Wartet mal. Ich glaube, das ist doch dieses eine coole Teil. Wartet mal. Dönerröschen. Guckt mal. Und? Ja, ich kann ihn damit teleportieren. Jawohl, geil. Ich kann die richtig nerven damit, die Lieder. So geil. Ich habe Jonas zweimal gekillt damit. Oh Gott, was habe ich... Hier ist ein unsichtbares Bossmonster gekillt. Ein Enderdrache. Nein, jetzt beschießt er mich auch, die Sau. Ha, ich bin im Spinnennetz. Du kannst mich mal. Ha. Okay, das war ein Shade-Brunnen. Und da kamen Schwämme raus. Ich glaube mal... Extra Leben? Revival 5 für 20 Minuten? Hahaha. Saugeil. Unlucky Chessplate. Okay, die brauchen wir leider nicht. Hey, ist ja voll das nice Item. Oh Gott, Elina. Ich habe eine Verbindung zu dir hergestellt. Ich weiß nicht, was das ist. Oh mein Gott. Was hast du bekommen? Guck mal. Ah, ich brauche eine Sekunde. Ich sehe dich nicht, wo bist du? Oh, Jetboot. Ach nein, das Ultimate Shade Ghost Sword oder wie das heißt. Ja. Nice, Alter. Okay, jetzt brauchen wir doch für mich ein Schwert. Ich mache hier mal die... Okay. Oh, Alter, was ist das? Äh, das ist ein Ghost... Ghost Mech... Spiral Mech... Alter, was geht denn hier ab? Ich habe ihn gekillt. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Aber ich kriege irgendeine Todesmusik. Ich habe... Habe ich irgendwas bekommen? Plural Dream Boots vielleicht? Aber der hat seine Rüstung nicht gedroppt, Mann. Schade. Einen Neter-Stern haben wir. Das ist relativ entscheidend. 13... Oh, nice, nice Jams. Oh, nee. Ist das von mir? Ja, das ist von mir. Egal, ignorieren wir einfach. Oh, ein Haufen Blumen. Wenn wir nämlich drei Neter-Sterne bekommen sollten, Elina, dann können wir so ein XXL-Crafting-Rezept nochmal machen. Das ist auch ziemlich nice. Oh, ich habe eine Pluralbox, Elina. Pluralbox. Oh, yes. Aber erst kriege ich hier noch was raus. Das kriege ich raus. Das kriege ich raus. Ähm, Flame Cookies. Okay, diese... Nein! Das hat die Pluralbox gelöscht. Oh, nee. Da wäre so kranker Stuff rausgekommen. Oh, nein. Ab jetzt hasse ich die Cookie-Lucky-Blöcke. Mann, das war ja voll ärgerlich. Oh, was haben wir hier denn? Soonblade? Ähm, okay. Alter! Das ist ein heftiges Teil. Leider nicht so stark. Ich habe eine Spitzacke, die hat 900 Damage. Das ist stärker als alles, was ich habe, glaube ich. Und God-Jump. God-Jump-Cookies. Oh, mein Gott. Was ist das für ein nicer Apfel. Der sieht nice aus. Den wollen wir, den wollen wir, den wollen wir, den wollen wir. Ähm, so. Okay, das hat echt geklappt. Das hat wirklich geklappt, Mann. Okay, jetzt müssen wir nur irgendwie diese Lava hier wegkriegen. Warte, lass mich mit dem Schwert das... Oh, mein Gott. Da kriege ich ja Speed eine Million. Okay. So, jetzt machen wir hier diesen... Okay, perfekt. Jetzt können wir das abbauen. Ach, du Schande. Was ist das? Ich habe einen Mega-Dungeon bekommen. Okay, wir looten jetzt mal das Dungeon, Leute. Ich gehe mal hier nach oben. Ich bin so schnell. Und ich habe Step-Up. Das heißt... Alter. Das heißt, ich muss nicht mal drücken. Ich kann hier einfach... Oh, mein Gott. Was geht hier ab? Ich kann einfach so hochlaufen, ohne was zu drücken. Ich würde sagen, die Spitzhacke ist leicht OP. Egal, Leute. Oben. Versteckt sich das. Oh, nein. Boss-Spider. Yo. Der Boss lebt immer noch, wenn ich den jetzt wieder angreife. Also, Leute, was gerade passiert ist, der Server ist gerade gecrasht, als ich den angegriffen habe. Aber der greift mich eh nicht an, weil das eine... Okay, doch. Dungeon. Oh, der Boss ist runtergefallen. So ein Idiot. Okay, jetzt können wir hier nice looten, Leute. Wir haben hier... Oh Gott, wieso flimmert denn das so? Ich sehe das TNT da unten. Alter. Elina, ich sehe dich. Hallo. Oh. Oh, nee, da ist jemand bei dir. Ach, nee, das ist ein Monster. Das ist gar nicht du. Oh, flieg ich hoch. Okay, wir haben Ender-Ingots, Ender-Ingots, Compressed... Ne, Compressed-Ingots brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Dann haben wir hier noch Mega-Ingot. Okay, dann hier noch ein paar Healthy-Greenstone. Ich glaube, da kann man eh nichts machen. Ich glaube, diese plus 90 Blöcke gönne ich mir auch mal. Ja, okay, dafür, dass das jetzt so ein nices Dungeon war, muss ich sagen. Was haben wir hier? Oh, der Pixel-Pie. Das ist, glaube ich, geil, Leute. Und einen Ender-Helmet, den ziehen wir mal an. Soll ich mich machen jetzt noch mal kurz diese plus 90 Schlecke? Gesundheit, Elina. Das wird irgendwie so ein Running-Gag, dass du jedes Video hier niest. Elina, guck mal. Ja? Hallo. Hi. Weiter geht's. Ich bin auch gleich im Ziel. Oh, hier ist eine Kiste. Die kann ich nicht öffnen. Ah, doch jetzt. Enchanted Pure Apple? Ja, der klingt OP, Leute. Was ist denn das? Übelst viele Plural-Zor... Oder Elina, versuch die mal, kannst du die... Was machst du bei mir? Hi. Versuch die mal zu killen. Ich glaube, die droppen OP-Stuff. Boah, okay. Probier's. Boah, es lag mega wegen denen. Ey, Alter. Gott, Dragon Cookie. Da fällt mir auf, Elina. Wenn du spinn... Oh, nice Bluray-Melone. Falls wir irgendwie Spinnnetze bekommen, die brauchen wir unbedingt. Oh. Oh, ho, ho, ho. Jawohl, Leute. Dass ich mit dem vorletzten Block noch eine nice Waffe bekomme. Ich bin, glaube ich, durch. Ich bin durch, Elina. Ich helfe dir. Oh Gott, der Server-Crash, glaube ich, oder? Elina, wir müssen uns beeilen, bevor... Da ist ein Pizzaständer mit einer Pizza drauf. Wir müssen uns beeilen, bevor die anderen... Die müssen ja noch mega viel abbauen. Mensch, solche Anfänger. Zack. Oh Gott. Du kannst doch fliegen, Elina, oder? Ja. Hol mal bitte die Spinnnetze von da oben ab. Wir brauchen ein paar. Okay. Das ist eine nice Aufgabe. Ich zeige euch später, wieso wir die brauchen. Oh. Das sind, glaube ich, Knallerbsen. Und das ist, glaube ich, eine fette Bombe. Genau. Wir packen mal ein bisschen was in den Rucksack, Leute. So viel Zeit muss sein. So. Alles rein hier. Zack. Und wir machen weiter. Ein paar Blöcke können wir noch abbauen. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Welche sind denn am geilsten? Die sind... Vielleicht hier so Ninja vielleicht nochmal, Leute. Zack. Da haben wir ein bisschen Shurikens bekommen. Genau. Dann hier noch Pizza noch ein. Da. Alles Gute kommt von... Ein paar Erz. Okay. Nochmal Ninja und Sommer. Ich würde sagen, noch einen von jeder Sorte, Leute. Sommer. Manchmal hat man halt Pech. Mann. Schule. Als ob da auch nichts rauskam. Pizza. Zack. Oh, da kamen Pizza-Zutaten raus. Und Pizza-Ingels. Hä? Bist du das, Elina? Hier öffnet gerade irgendeiner so eine Loot-Case. Ich habe den Sound gehört. Nuklear. Okay. Waren das jetzt alle? Habe ich einen? Ich glaube, Ninja habe ich vergessen. Oder? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ninja. Okay, Leute. Dann war es das. Dann rüsten wir uns jetzt aus. Und dann gibt es das PvP-Battle. Ah. Es hat ein bisschen gedauert. Aber die Mega-Fliegen-Klatsche. Die ist schwächer als ich gedacht. Erhofft habe leider. Elina, guck mal. Ja? Alter. Das ist mega nice. Ich habe mir eine Mega-Fliegen-Klatsche gecraftet. Ich glaube, ich benutze die mal. Also ich will gucken mal, wie es läuft. Wenn es gut läuft, benutze ich die dann später noch im Kampf. Die ist halt ein bisschen schwächer, leider. Aber mega die nice Waffe. Voll cool. Die Lucky Blocks haben uns heute folgenden Loot rausgeballert, sag ich mal. Illuminati Helm haben wir uns gecraftet. Die Cookie Jump Jazz Plate. Die Plural Amazing, die Leggings, die haben wir uns auch gecraftet aus den Plural Gems. Dann die meisterhaften Ninja Schuhe. Wir haben so viel Stuff zum Anwenden mit den Cookies und Bomben und Bälle und nochmal Cookies und Kuchen und Tränke und Alter. Und Berries, jede Menge auf jeden Fall. Den Plural Dreizack, der ziemlich heftig ist. Und im Rucksack auch noch jede Menge Bäcker. Aber ich würde sagen, let's go. Go, 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 Elina. Was, wir schweißen die denn auf uns? Oh, sie haben uns geworfen. Oh mein Gott. Ich nehme mal das extra live mit der... Oh, was haben die? Die haben heftige Schwerter. Oh mein Gott. Ja, die haben beide diese Plural-Schwerter, ne? Wollen wir erst mal fliegen? Ich kann nämlich auch fliegen. Oh, einer ist schon tot. Let's go. Oh, jetzt geht's ab an Jonas. Ich fliege erst mal, Leute. Ich esse erst mal das zum Fliegen. Jawoll, Leute, jawoll. Warte, wo bist du, wo bist du? Hier, ich hab Jonas. Okay, 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 okay. Oh, was hat er denn für eine Rüstung jetzt? Guck mal. Okay, let's go. Let's go. Wir dürfen nicht so viel Zeit lassen. Wir führen mit 2-0. Drei Leben hat jeder. Ich würde sagen... Oh. Ich hab ihn damit gekillt. Oh mein Gott, die haben wieder... Elina, die haben ja gar keine Chance. Wir benutzen jetzt mal den Pixel Pie. Mal sehen, was der so macht. Oh mein Gott, der ist ja auch mega crazy. Stärke Cookie. Ich muss jetzt alles benutzen, was ich hab. Damage. Warte mal, Elina. Warte, 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 warte. Ich versuch sie mal zu töten, indem sie mich angreifen mit der Damage Reflection Potion. Okay, okay, okay. Oh nee, ich bin blind. Oh nein. Ich sieh wieder was. Aber lass dich angreifen. Ja, die sollen sich mal selbst töten. Das wär so nice. Hier, Dönerröstchen. Der hat nicht so eine gute Rüstung. Ach. Fliegenklatsche. Die ist aber auch schon OP, die Fliegenklatsche, ne? Jonas rennt weg. Der soll mich angreifen. Ich wärme mich doch gar nicht. Oh, sie wärst ihre Karten. Ich weiß nicht, ob die Potion funktioniert. Er kriegt halt keinen Schaden. Ja, sie funktioniert. Er hat sich selbst getötet. Beste Potion, ey. Okay, extra live gönnen wir uns noch. Da kriegen wir Regenera... Also, nee, Revival. Genau, Wiederbelebung. So, Fliegenklatsche. Da muss jetzt noch ein Kill kommen. Laut Barsi mit dem letzten Leben. Oh Gott, ist er schnell. Ja! Wie OP, ey. Nice. Das war ein 6 zu 0 Sieg, Leute. GG. Ich hoffe, euch hat das Battle gefahren. Flankt mal ganz kräftig den Like-Button und den Abo-Button. Wenn ihr mehr Lucky Blocks sehen möchtet, würde ich mich sehr freuen. Und wenn ihr Team Benson beitreten wollt, plus klickt jetzt auf das Video, um zum gestrigen Video zu kommen. Da haben wir gezockt ein Lucky Block PC-Battle. War ziemlich cool. Und dann sehen wir uns morgen, Leute. Haut rein, euer Benson. Ciao. Tschüss.